Hallo liebe Fans, ich bin hier gerade im Store in Tokio und ich wollte einfach mal ganz liebe Grüße da lassen. Wir haben hier großen Spaß und gerade eine kleine Fragerunde und wir sehen uns. Ja, hallo, servus, liebe Fans, Giovanni Elber hier von FC Bayern München. Das ist so schön hier mit den kleinen Fans, die gekommen sind in der Adidas Store. Wir wünschen euch das Beste, bleibt uns treu und Mia Samia. Ciao! Auf geht's! Feier! Auf geht's! Feier! Auf geht's! Feier! Danke.